Die Versicherungsvertreter, der wartet, dass da einer rauskommt. Hey, hab ich Versicherung dabei. Da kommt keiner. Hm, was mach ich denn jetzt? Ey, Kollege. Ja? Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Kaffee Pause. Da hinten ist ein Starbucks. Alter, kommst du mit? Da, da hinten. Nee, ich glaub, ich warte noch ein bisschen. Na gut, ha ha ha, freu ich mich. Ich steh hier auch noch mal ein bisschen rum. Nee, ich gehe. Ja, dann, tja. Hm, einsame Nacht. Haha, hm. Tja, oder geh ich vielleicht doch? Aber da wohnt einer. Ach, der ist weg? Ja, der hatte auch keine Lust mehr gehabt.